Ich weiß nicht, was da unten jetzt ist, aber es ist nur megamäßig schwer. Scheiße, ein Wassertropfenobter liegen die sind. Was kommt denn? Was kommt denn? Das war's. Ja! Kommt doch! Ein Weißer! Boah ein Weißer! Ja. Ja, gut, gut! Hol den Robert! Ja! Jaaa! Jaaa! Ja! Wie geil, Alter! Ja, hey, so geil! Wie geil ist das denn? Der Erster. Ever. Jens, heute willst du es aber wissen, oder? Ich mache mal Fotos. Ja! Wie geil, Alter! Jens, halt mal deine Hand da rein, so mit der Faust. Ja, ja, lass mal. So, ich mache mal Fotos jetzt.